Moin ihr Sonnenscheine! Man verletzt mehrere Menschen mit Messer in Berlin-Marzahn. In Berlin-Marzahn hat ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Wie ein Feuerwehrsprecher dem RBB am Mittwoch sagte, wurden bei dem Vorfall am späten Dienstagabend fünf Menschen verletzt. Einer davon lebensgefährlich und zwei weitere schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei wurde der Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur momentan 31 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute ist mit hohen Temperaturen zwischen 19 Grad und 32 Grad zu rechnen. Alexa, Wetter für morgen! Morgen ist das Wetter in Berlin diesig und sonnig mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 19 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages! Hier ist der Spruch des Tages für den 14. August von Bertram K. Ein Pessimist sieht in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit. Ein Optimist sieht in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit. Sehr schön! Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn! Passt auf euch auf! Salü hier aus Berlin! Geräusche